Sarah Wagenknecht hat eine neue Partei gegründet. Und mit dem Mann, der ihr die Finanzen führt und der diese Partei organisiert, mit dem habe ich für den Podcast gesprochen. Ich sehe mich ein bisschen als Gerechtigkeitsfanatiker, der an die soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard glaubt. Und wie Ralf Suikert, denn so heißt der Mann, Sarah Wagenknecht überhaupt kennengelernt hat. Und was ihm zum Stichwort Sozialismus einfällt, das hört ihr im Podcast.